Egal wo Sie stehen, ein Kompass gibt Ihnen Orientierung und bestärkt Sie darin, Ihr Ziel zu erreichen. Deswegen nutzen wir den Kompass auch in der Beratung, vor Ort, an Ihrer Seite, um Ihre Position im Leben zu bestimmen und den Weg zu Ihrem Ziel zu finden. Mein Name ist Angelo Jentsch. Ich bin Ihr Ergo-Ansprechpartner in Cottbus und Umgebung. Gemeinsam finden wir Ihre persönliche Versicherungslösung. Dafür gibt es für mich ein Motto. Zusammen machen wir das Beste aus den Veränderungen in Ihrem Leben. Und so funktioniert das Kompass-Prinzip ganz konkret. In fünf kurzen Schritten ermitteln wir mit dem Ergo-Kompass den richtigen Kurs für Sie. Zuerst sehen wir uns an, wo Sie heute stehen und welche Pläne Sie haben. Wir empfehlen Ihnen die für Sie relevanten Themen und Sie legen fest, welche Ihnen wichtig sind. Die für Sie wichtigsten Themen vertiefen wir in einer gründlichen Analyse und erarbeiten die für Sie passende Lösung. Die letzte Entscheidung liegt bei Ihnen. Kurz, mit dem Ergo-Kompass können wir Sie langfristig beraten. Auf dem Weg zu Ihren persönlichen Zielen. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Sie können mich jederzeit per Telefon und E-Mail erreichen.